In der Ecke war mal Vorschein, hm? Wo ist sie? Wo ist sie? So, das sieht schon mal besser aus. Bonus! Hab dich schon gehört, ich wusste nicht, wo du herkommst. Auf der Lange, auf der Lange. So. So, jetzt gespannt sein, gespannt sein und... Habe ich das überhaupt mit? Ja, jetzt ja. Mal kurz das Ingame-Säunchen ein bisschen runterdehnen. So. Perfekt. Ich glaube, oben waren wir ja schon großartig. Noch jetzt in diese Hütte rein. Ah, nervt mich das immer noch, dass wir einmal draufgegangen sind. Da ist auch nichts. Ernsthaft. Es wächst ein Baum hier rein, aber trotzdem abschließen. Okay. Wie, die Ecke gibt's nicht mehr so? Okay. Das verwundert mich jetzt ein wenig. Sehr gut. Hier sitzt oder liegt keiner. Brutal wie wenig Loot. Es ist ja zum Heulen. Es ist zum Heulen. Eine verführerische Tasche. Und was ist drin? Nichts. Wer hätte das gedacht? Oh. Sehr gut. Das haben wir wohl schon mal gelesen. Dann können wir nochmal Medizin lernen. Nehmen wir mit. Hier ist denn jemand drin. Nein, auch nicht. Total. Einfach krass. Warte, wo ist es? Ich würde die Einzelteile davon haben. Ja, danke. Die ist nicht mehr mit. Hier. Oh, eine Keule. Eine Keule. Wie viel haben wir? 7 Uhr 16. Immer noch gut. Oh, fuck. Eine dicke. Na, komm her. Ja, wir müssen rumknutschen. Fuck. Ernsthaft. Schon wie bei Morum. Die Fetten auch nie getroffen. Ein Lenkrad. Aha. Nur Rotz. Nur Rotz. Ah, das sind wir zu wenig. Feile, aber wir haben noch so viel Metallfeile. Dann wechseln wir mal auf die Metallfeile rüber. Bevor wir jetzt neue herstellen. Ich muss aber sagen, die Feile sind nicht ohne. Da kann man nicht meckern. Okay. Jetzt müssen wir mal ein paar Sachen kaputt machen. Also, zerlegen. Das auch zerlegen. Essen. Zerlegen. Praktisch, wenn das Ding auch so ewig lang hier ist. Oh, nicht reparieren. Quatsch. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Ich höre mal was brennen, aber ich sehe den gerade nicht. Da haben sie sich sehr viel Mühe für die Gestaltung der Häuser gegeben. Plunderung Level 16. Da sagen wir natürlich nicht, nein. Was? Das ist praktisch. Was man hier alles findet, ne? Blade Burton Magazine. Wichtige Bücherstunde hier. So, und das letzte Heft. Okay. Aber es lohnt sich dann doch noch in das letzte Eck reinzugehen. Könnte man ja was verpassen. Ich sehe ihn halt nicht. Da war er drin, da war er drin. Jetzt müssen wir noch hier rein. Die tun wir zerlegen. Und jetzt benutzen wir halt. Mist. Nein, 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 nein. Oh, der war gut. Der war gut. Sehr schön. Ein paar Schmerzmittel mitnehmen. Eine Juckerfrucht. So zwischendurch. Und das müssen wir unbedingt hier rüber schieben. Sehr gut. Es ist so heftig. Wenn man überlegt im normalen Spiel wie viel Loot man da bekommt und wie wenig das hier ist. Weltenunterschied. So, und da war ich jetzt auch schon drin. Wisst ihr was? Wir laufen einfach den Spaß hier entlang. Aber wie fahren wir denn? So viel Platz haben wir gar nicht mehr. Na gut, wir wollen wir mal die Hälfte zerlegen. Das brauchen wir auch nicht. Das können wir auch mal platt machen. Schimmeliges Brot brauchen wir auch. Bis dato noch nicht. Gut, laufen wir mal weiter. Einfach der Straße entlang. Oh, ein Kleber. Kleber ist gut. Laufen wir noch richtig? Ja, wir laufen noch richtig. Da wollte ich entlang. Ich glaube nicht mal ansatzweise, dass wir hier Schweine finden. Aber. Wer weiß, wer weiß. Hier steht gar nichts los. Hm. Die ich nehme auch mit. Wollte gerade sagen. Also so ein Headshot hält der aus. Respekt. Respekte. Wir könnten die Gläser auffüllen. Sind ja nur 82 Stück. Komm du mal her. Sehr gut. Was gibt uns Jukka immer? Zwei, ne? Ja, Wichser. Oh, ist das krass. Ist das mies. Steht einfach pauschal eine Kiste rum. Man denkt, oh ja, die nehme ich mir. Das wäre ja dann heute mein zweiter Tod gewesen. Ah. Somit habe ich nochmal Glück gehabt. Du bist überhitzt. Das ist ja doof. Sagen wir hier noch? Oh, sehr schön. Ach, schade. Hätte ja sein können, dass wir dann nochmal easy Reifen mitnehmen. Mitgenommen? Mitgenommen. ganz einfach. Ganz einfach. Ohne, wenn und aber. Schöniges Brot. Ja, schön. Toll. Hatten wir schon lange nicht mehr. Äpfel. Äpfel sind okay. Kerze brauchen wir jetzt auch nicht mehr so unbedingt. Ah, warte. Unten ist mal die Toilette. Immer die Hoffnung, dass da paar Gläser drin sind. Nein. Kein schlafender Zombie. Einmal snacken. Oh Mann. Dass man die auch nicht mitnehmen kann, ne? Schade. Das wäre ja richtig cool gewesen. Oh, wartet. Bringt mir nur... Okay, ein bisschen Plastik und ein bisschen geschmiedetes Start. Doch, ein Motor. Wow. Nun bin ich aber klar. So. Das haben wir schon leer gemacht. Was haben wir denn hier? Noch schöne Schuhe. Die können wir kaputt machen. Messing müssen wir später alles einschmelzen. Das gibt es hier nicht. Wollte ich gerade sagen. Noch eine Kühlbox. Jawohl. Fleisch dabei. Trotzdem fehlt uns immer noch Schweinefleisch. Ach, da drüben brennt er. Ich dachte... Oh Gott, was? Das sieht schon wieder her. Wir haben ja gleich zwei. Ja. So, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Lauf nicht weg, mein Freund. So. Ein One-Hit-Wonder. I wonder why. I wonder why. Nichts. Aber so übel nichts. Esse. Sag bloß, nur weil du jetzt keinen Hunger mehr hast, ne? Du bist nicht hungrig. Ja, Tatsache. Er muss sich gerade in diesem Moment wegdrehen. Wir sollten es öfters machen, aber... Ich bin ehrlich, ich bin da manchmal zu faul für, ne? Pfeil und Bogen nachher rauszuziehen. Hier könnten wir jetzt Glück haben für den Waffenstand. Und ein... Nein, 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 nein. Bluten wir? Nein. Was sind wir denn da? Ein Soldaten oder was ist das? Mist. Hinter uns ist nichts. Was bist du denn? Gefängniswache. Also, das war jetzt... ganz süß. Ein Scharfschützengewehr. Und nochmal ein Scharfschützengewehr. Auch mal Glück haben. So. Die hier wird jetzt auch noch platt. Bauwerkzeuge. Ach. Es ist immer wieder unfassbar. Ist hier noch jemand? Hallo? Ich bin nicht hungrig. Ich weiß, dass du nicht hungrig bist, aber trotzdem... Da holen wir uns mal ein paar Vitamine rein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann sind wir wieder auf 21. Okay, dafür haben wir 105 Zombies gekillt. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Habe ich wirklich nichts mehr, was ich knabbern könnte? Was irgendwie mein Leben aufpimmt. Ah, okay. Ein bisschen. 9,49. Ja, das ist okay. So ein Drecksbogen. Wolfram. Schön, dass ich den noch nicht herstellen kann. Den muss ich auf der Werkbank, glaube ich, herstellen, ne? Den müsste ich auf der Werkbank hinstellen. Und jetzt noch nach oben. Oh, warte, Plastik. Schön. Ist ja fast wie zu Hause. Nehmen wir mal schönes Leder mit. Ganz wichtig. Und anschHS. Ich wünsche uns mal so an toittet. Und dann. Wir können mal so characters showen.